Und hier haben wir 15 Freispiele Cosmic Queens. So, das geht's. Na, du komm mal. Nicht so zaghaft. Oh, so kriegen wir unsere Verlängerung nicht. Oh, so kriegen wir unsere Verlängerung nicht. Eieieieiei. 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 Schade, schade, schade. Eieieieiei. Muss aber noch ein bisschen was kommen hier. Na, langsam steigen sie. Nichts. Eieieieiei. Was kommt? Lass es knacken hier! Komm schon! Jawoll! 10 x 10 So, wenn der Sommer kommt, mal 15 Macht er die Schale! Dann bleibt es bei 219 Sehr schön! Und ein Röntgen Book of Romeo und Julia! 2 Euro! Ah, Zahnstoffer! Zeig mal, ob er kommt! Verlängerung! Ah, wo steckt das Teil? 3 Oh, das 4 wäre auch mal nett! 5 wäre noch besser! Ah, schade! Ah, na, na! 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 Und eins gibt es noch oben drauf! Bleibt dabei! 2,36 Und da kommen sie rein! Und da kommen sie rein! Ihr Flattert! 10 Freispiele! Los geht's! 4,5 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,3 1,2 Das haben wir auch schon besser gesehen. Und hier gibt es mal fünf zum Beispiel. Mal schauen was es uns bringt. Irgendwie nichts. Ach Wahnsinn so eine 10er Pulle da. Das ist eine Anzeige. ein ein ja 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 ich mal so hinnehmen und ein bisschen in brasilien sammher los geht's Das war's. Das war's. Oh, warte, da zieht du doch aus. Jawoll. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Guck, der hat schon mal zusammen. Oh, es ist nochmal so ein Ding hier. Bleibt dabei. Sehr schön. Jetzt heiße Tuchen. Und hier mein Rönnchen, Feuermaster 4 Uhr Einsatz. We are going to be here. Now come on. Let's see what you are here. Ganz schön spät, Kumpel. So, aber nur, nur muss es krachen. Tut es aber nicht. Schade, 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 56. So, hier gibt es mal zarte 5 Freispiele. Ah, wenn die nächsten 4 auch so sind. Leider nicht, bleibt bei 74. Das sieht doch mal gut aus. Hammer! Weil Teufels packt nochmal 400 Kröten drauf. Eieiei, mega! Da ist der Schein! Hammer! Jetzt noch ein paar Freispiele hinterher. Das wird... Junge, 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 Junge! Das heißt wieder verdammt lange Buchen! Und ein Bonus! 2,40 Euro! Mal schauen, ob da was im Block mit bei ist. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Mal schauen, ob es mal vollhauen. Bleibt dabei. 79. Nehmen wir auch noch mit. Und hier gibt es mal 10 Freispiele. 2 Euro Einsatz. Los gehts! Los! Die anderen beiden auch noch. Komm schauen! Schade, 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 dann bleibt es bei 44. 53. 32. 35. 46. Vielen Dank.